Erwerke die drei Fragezeichen nicht. Gut. Als ich die noch gehört habe, da ging die Melodie am Anfang so. Bob, setz dich erst mal hin. Willst du eine Cola? Nein, wir brauchen nicht auf Justus zu warten. Der kommt nicht mehr. Ich glaube, wir treffen uns das letzte Mal in unserer Radzentrale. Nein, dies ist kein Trick und erst recht keine Falle. Wir waren doch immer nur Statisten für den genialen ersten Detektiv. Ich war der ängstliche Zweite und du, Scherchen und Archiv. Wie oft musstest du recherchieren und wer hat den Fall am Ende gelöst? Wir hatten die ganze Arbeit und er hat nur gegessen, gedacht und gedöst. Doch am Ende eines jeden Falls hielt er sein Abschlussplädoyer. Wir standen nur daneben, wie Blinde im Schnee. Justus Jonas kommt nicht mehr, die Zentrale bleibt geschlossen. Justus Jonas kommt nicht mehr, alle Fragen offen. Wir gehen zum Strand von Rocky Beach. Lass uns die Ferien mal genießen. Komisch, dass du fragst, ja. Mit dieser Waffe kann man schießen, ja. Und ja, Blackbird ist nicht mehr in seinem Käfig, ja. Ich hätte vielleicht drauf achten sollen. Hat der Papagei dich nicht auch genervt? Also, kein Grund zum Schmollen. Woher die Truhe stammt, auf der ich sitze? Erinnerst du dich an den sprechenden Totenschädel? Und das Blut, das an der Truhe klebt, das entspricht nicht der Regel. Wir haben nie einen Mord aufgeklärt. Vielleicht sollten wir damit beginnen. Ja, du hast wieder recht. Ich bin heute nicht bei Sinnen. Du weißt doch, was für ein Nervenbündel ich bin. Und ja, Justus Jonas ist in der Truhe drin. Justus Jonas kommt nicht mehr. Zentrale bleibt geschlossen. Justus Jonas kommt nicht mehr. Alle Fragen offen. Dankeschön. Dankeschön.